heute gibt es ich kaufe und teste im basen salz bilo jelly bubble und ja lasst gerne liken oder falls ihr den anderen basen salz auch sehen wollen und ja ich würde sagen wir fangen direkt mit dem video mal an so leite und so habe ich die warte schon vollgemacht lesen wir erstmal was hier steht wir riechen es und dann fangen wir an das ganze zu testen und so steht hier wie du schäumendes badesalz made with love and passen außergewöhnchen dürftet ihr euch einen tag verlüßen wie du jelly bubble duftet herrlich süß nach wilden blaubeeren mit einem haus vanille perfect bubble treat schäumendes badesalz anwendung versüße dir den tag und erlebe den sinnlichen duft des badeerlebnis für den extra kick gute laune das feine badesalz vollständig zum einfachen badewasser geben eintauchen und bei 36 bis 38 grad für 10 bis 20 minuten in entspannten vollbar genießen ich finde jelly bubble ist der sticker und das anwendungsduft was hier alles immer steht folgen geil ist ja auch hundertprozentig leger 80 gramm 24 liter ohne alkohol und tierversuche ist auch geil leute also ich empfehle es falls ihr so bock habt im bademann so mit badesalzen chillen mit einem richtig geilen duft dann kauft euch piloten testet die mal einfach mal aus es kommt eh nur bei jedem drogerie laden und im onlineshop 1,25 pro badem salz ist auch hundertprozentig aus mehreren salz gemacht also ist ja halt perfekt geeignet für die badewanne so leute machen wir mal das ganze jetzt auf und dann lassen wir noch mal riechen weiter aufgemacht oh mein oh mein leute fritz so geil wirklich also falls ihr das aufmachen ist das noch geiler als ihr von hinten so wie so geil so geil so 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 keine ahnung und dann schlafen einfach hier das ist dann so angenehm ich weiß nicht ob ich das selber machen soll falls ihr darüber bekommt dann lasst gerne ein abo da dann werde ich es wirklich machen eine nacht im bidu-partsatz verbringen eine nacht das wird dann sehr sehr krass sein und ja ich würde sagen ich gehe erstmal da rein und danach sage ich euch wie es halt war von euch wie es so ganze geworfen hat und ja wir sehen uns gleich ich bin fertig mit baden ich habe noch einen jenny baden salz und noch zwei frühe ich habe euch versprochen dass ich noch frühe ich mache ihr müsst noch einmal baden denn jetzt einzelne baden salz kommt auch in einem einzelnen video raus also in zwei oder drei tagen oder kann ja auch wenn das ein tag dauert kommt frühe das video raus alle informationen zum video findet ihr wie gesagt auch bei jedem video videos unten in den kommentaren so leute das war's auch mit meinem video und ich entschuldige mich dass es halt ein kurzes video war aber es erwartet man als bei einem baden salz video ganz kurz gedauert und ja bei dem nächsten baden salz video könnte es sein dass es auch 3-4 minuten dauert und es entschuldige mich halt immer und ja das gerne like und ein abo da falls ihr wirklich spuckt habt dass ich das ist dann so geil und ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video ciao